Ja, Hallöchen hier beim ersten Podcast von mir. Ich bin Bernhard Bosil vom Jazzkeller in Krefeld und wir sitzen hier in einem Aufnahmestudio zu zweit und ich sitze hier mit der Lucy Pulina Sedrakian und wir haben uns darauf geeinigt, das war uns duzen und das finde ich sehr sympathisch, weil das ist bei uns im Jazzkeller auch so. Da werden alle nur mit Vornamen begrüßt. Also ich bin Bernhard und mir gegenüber sitzt Lucy und ich habe auch schon die erste Frage direkt. Wie lange arbeitest du schon in Krefeld? Und heute ist ja ein Mittwoch. Wie sieht so ein typischer Mittwoch bei dir aus? Ja, erstmal hallo Bernhard. Ich sitze hier mit Herrn Bosil. Also Bernhard ist richtig. Genau, Bernhard. Haben wir uns darauf geeinigt, genau. Ja, sehr schön. Wie lange ich in Krefeld arbeite? Ich lebe seit 2010 in Krefeld und seit 2018 habe ich bei der VHS in Krefeld angefangen als Dozentin für Deutsch. Okay. Ja, tatsächlich. Ja, 2018. Okay. Das ging ganz schnell, unproblematisch. Sehr gute Zusammenarbeit, macht Spaß. Und was machst du da so? Ich unterrichte Deutsch, bin in der Erwachsenenbildung. Okay. Das heißt, Menschen, die nach Deutschland kommen und hier in Deutschland leben und arbeiten möchten, brauchen natürlich die deutsche Sprache dafür. Ja, klar. Erste Voraussetzung. Und da stelle ich mich dann zur Verfügung. Bisher habe ich sehr viele tolle Menschen kennengelernt, Unterrichter auf unterschiedlichen Sprachniveaus, aber hauptsächlich B2 und C1. Okay. Was bedeutet das? Das sind die Sprachniveaus. Das heißt, man startet wirklich ganz unten mit A1 an und das geht bis auf C2. Okay. Dann ist man eigentlich fertig. Und ja, dazwischen hat man natürlich die unterschiedlichen Stufen, die Sprachkenntnisse, die man sich erwirbt. Das wird dann immer wieder mit einer Prüfung abgeschlossen. Also praktisch wie Scheine, so Stufen. Genau. Ja. Und ein Mittwoch bei mir wäre ja tatsächlich so, dass ich heute meinen Arbeitstag hätte. Aber mein Kurs ist gestern zu Ende gegangen für mich. Mein Kollege machte heute seinen letzten Tag. Einen C1-Kurs haben wir abgeschlossen. Und die Teilnehmer haben bald die Prüfung. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie das laufen wird. Und drücke ich dann auch fest die Daumen, dass sie gut durch die Prüfung kommen. Okay. Also wäre für mich im Prinzip ein Arbeitstag. Und das ist die ganze Woche von Montag bis Freitag? Nee, also wir teilen uns mit den, also ich arbeite mit Kollegen zusammen und wir teilen uns die Tage. Und bei diesem Kurs hätte ich dann von Mittwoch oder habe ich von Mittwoch bis Freitag gehabt. Okay. Dann davor waren es für mich die Tage von Montag bis Mittwoch. Und dann zwei Tage frei. Für zu Hause, für Kinder. Wir haben zwei noch im Grundschulalltag. Da braucht man natürlich so einiges zu erledigen. Ja. Oh, okay. Da braucht man auch ein bisschen Zeit. Gut. Ja, dann wäre ich natürlich jetzt mit meiner Frage erstmal dran. Also erstmal Ihre Vorstellung, Selbstvorstellung und die Frage, wie ist Ihr Bezug zu Krefeld? Und wie sieht es bei Ihnen aus mit einem typischen Freitag? Mit einem typischen Freitag? Ja, das ist bei mir entscheidend, die Tage. Ich bin der Bernhard, Nachname Bosil und Betreiber des Jazzkeller Krefelds mit meiner Lebensgefährtin und Partnerin der Janett Wolf. Ja, wir machen halt Livemusik, Kultur in Krefeld und haben halt einen der ältesten Clubs in Deutschland. Sogar europaweit kann man das so sehen. Unser Ding ist halt ganz, ganz, ganz viel Livekultur anzubieten. Also wir machen zwischen 150 und 170 Veranstaltungen im Jahr. Und das geht los mit normalen Konzerten. Also Jazz, Rock, Pop, Funk, Soul, Blues bis hin zu Metal. Nur von der Klassik lassen wir die Finger weg. Dafür ist das Theater da. Ja, und dann nebenbei gibt es dann auch noch andere Veranstaltungen. Also klar, wenn Karneval ist, was jetzt vor der Tür steht, gibt es auch mal eine Karnevalparty an Altweiber oder Rosenmontag. Aber selbst da gucken wir, dass wir auch live anbieten. Also uns ist wichtig wirklich, dass es in allererster Linie eine Livebühne ist. Kabarett und Comedy-Abende mit dem Volker Diefes hier aus Krefeld zusammen, wo er Gäste einlädt. Ja, so ein typischer Freitag. Also kann man nicht sagen, es gibt bei uns keinen typischen Tag, weil wir das Programm ja bunt gestalten. Und es kommt darauf an, was los ist. Wenn es ein Rockkonzert ist, dann geht es was anders ab, als wenn wir, ich sage jetzt mal, eine Lesung haben. Also wir haben jetzt letztens auch bei den Krimi-Tagen, da haben wir eine Lesung gehabt. Da waren drei Autoren da, die dann aus ihren Werken vorgelesen haben. Und von daher ist das immer total unterschiedlich. Also es ist abhängig davon wirklich, welche Musikrichtung auch gespielt wird. Es ist dann ein dementsprechend anderes Publikum da und die Leute verhalten sich ja dann auch anders. Also bei einem Jazzkonzert ist es eher ruhig, weil die Leute wirklich gebannt und fasziniert dann da sitzen und der Musik wirklich ganz, ganz, ganz aufmerksam zuhören. Und ich sage jetzt mal, wenn eine Coverrock-Band kommt oder irgendwie sowas von U2, dann ist natürlich mehr Partystimmung und die Leute singen mit und feiern mit. Das ist dann halt etwas anders. Und von daher gibt es einen richtig typischen Freitag in dem Sinne nicht. Es ist immer abhängig davon, was wir für eine Veranstaltung machen. Und ja, das ist das Ding, was wir halt machen. Macht sehr viel Spaß. Da spricht man wahrscheinlich viel mehr von einem individuellen Freitag. Ja, individueller Freitag, genau richtig. Das ist auch das, warum ich unbedingt in diese Sparte rein wollte, halt Live-Club, Live-Musik, weil ich halt großer Musikliebhaber schon immer war. Was gibt es Besseres, als wenn man Live-Musik selber dann praktisch aussuchen, buchen kann und das Programm selber gestalten kann, was einem am besten gefällt, sage ich jetzt mal. Absolut. Ja, schön. Danke. Und wie ist Ihr Bezug zu Krefeld? Bezug zu Krefeld? Bezug zu Krefeld, genau. Ja, genau. Bezug zu Krefeld, ja. Als eine der ältesten Spielstätten überhaupt mit dem Jazz-Keller ist es halt so, dass da natürlich ein ganz riesengroßer Bezug zu Krefeld ist. Und bei mir ist immer Krefeld, es gibt ganz viele schöne Sprüche über Krefeld. Und einer, der wirklich echt passend ist, es gibt Gute, Böse und Krefel da. Oh. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil der Krefel da nörgelt gerne, meckert auch gerne, ist manchmal auch gern unzufrieden und schimpft auch ganz gern viel über die Stadt. Aber irgendwie lässt ihn die Stadt auch nicht los. Und er will trotzdem in Krefeld bleiben. Also ich kenne kaum Leute, die ausgewandert sind, sondern sie bleiben dann doch trotzdem da. Und ich versuche es immer und gebe mir sehr viel Mühe, es immer so positiv wie möglich alles zu sehen. Also ich bin generell kein negativ eingestellter Mensch. Also um mehr schlechte Laune zu machen, da muss schon viel passieren. Also da bin ich nicht der Typ für einfach. Ich gehe gern optimistisch in den Tag hinein. Mein Motto ist immer, am Ende eines Tages wird alles gut. Wichtig ist einfach machen. Einfach machen. Und das ist halt mein Bezug zu Krefeld. Ich lebe seit meinem fünften Lebensjahr hier in Krefeld. Ich komme ursprünglich aus Polen. Da bin ich geboren. Mütterlicherseits Polin und mein Vater damals Jugoslawien noch. Heute Slowenien, Kroatien. Die Familie teilt sich da auf, weil da ist dann irgendwann mal eine Grenze gezogen worden. Aber die Familie kommt halt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ja, mit fünf Jahren sind wir dann, mein Vater lebte schon in Deutschland, hat meine Mutter dann kennengelernt. Dann kam ich zur Welt. Und dann mit fünf Jahren kam ich dann noch für ein Jahr in den Kindergarten hier. Und ja, mit sechs ging es dann los mit dem normalen Schulwerdegang halt. Also ja. Krefeldtreu geblieben. Krefeldtreu geblieben bis heute. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass ich auswandere. Ich habe die Stadtbezirke mal gewechselt. Also mal Oppum, mal Bokum. Jetzt eher Zentrum, weil man will dann doch schon näher am Laden dran sein. Von daher. Ja, schön. Wie ist denn die Zusammensetzung bei den Berufssprachschülern? Sprechen die alle unterschiedliche Sprachen? Kommen die aus allen möglichen Branchen? Oder wie sieht das aus? Erstmal, sie kommen aus allen unterschiedlichen Ländern. Alle möglichen Länder. Genau. Unterbundes gemischt. Man hat tatsächlich so eine multikulturelle Gruppe. Okay. Immer wieder. Beruflich, dann hat man natürlich auch große Vielfalt. Das heißt, angefangen von Menschen, die vielleicht zwei, drei Jahre Schule besucht hatten. Bis sind Ärzte, Ingenieure, Lehrer. Also alles Mögliche kommt zusammen. Sehr unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters. Und ja, man hat dann eben diese Vielfalt in einer Gruppe. Das wollte ich gerade fragen. Also ist das dann immer eine Gruppe? Wie groß sind die Gruppen? Ja, maximal dürfen die Gruppen nach Vorgaben natürlich 25 Personen haben. Ja. Das ist auch aber wirklich maximale Größe. Okay. Aber man hat nicht immer wirklich diese Größe. Das heißt, die Gruppen, wenn man auch mit 25 anfängt, dann irgendwann mal ist man bei 17, 18. Ja. Das heißt, im Laufe der Zeit, einige kommen doch nicht aus unterschiedlichen Gründen zu schwer, finden dann doch einen Job oder was man immer hat. Also es gibt unterschiedliche Gründe und dann irgendwann mal bleibt man dann doch mit 15, 16 Leuten, wenn man mit großer Gruppe dann doch startet. Ja, und dann natürlich, je nachdem, wenn wir 500 Stunden B2-Kurs haben, dann hat man ungefähr fünf Monate, fünfeinhalb bis sechs, wenn noch ein paar Pausentage noch dazwischen sind. Das heißt, man verbringt doch schon eine gute Zeit mit den Leuten. Das sind gut gemischte Gruppen, die auch sehr unterschiedlich Wissensstand haben. Das heißt, Menschen, die wirklich sehr leicht und schnell lernen können. Menschen, die auch lerngewohnt sind, auch umgekehrt Menschen, die das noch gar nicht kennen. Ja, und dann musste man natürlich da durcharbeiten. Okay. Das ist schon eine sehr interessante Erfahrung. Wie läuft das ab, wenn so viele unterschiedliche in einem Kurs sind, von der Verständigung jetzt ja, also unterschiedliche Sprachen, weil du sagst es ja auch, die müssen ja, Unterricht ist in dem Sinne Deutsch. Wie läuft das ab mit unterschiedlichen Sprachen, dass man denen das dann praktisch beibringt? Also da ist es auf jeden Fall eine ganz klare, sagen wir jetzt mal, Regelung. Ja. Im Unterricht, allgemeine Sprache ist Deutsch. Okay. Unterrichtssprache ist Deutsch. Das heißt, wir reden alle Deutsch. Ja. Da ist es auch wichtig, dass die Teilnehmer das auch machen müssen. Okay. Weil sie am Ende mit einer Prüfung natürlich das Ganze abschließen müssen und wie lernt man die Sprache, indem man auch spricht. Benutzt. Ja, ja klar, natürlich. Dafür sind sie auch da. Okay. Das heißt, also für mich ist immer ganz wichtig, dass ich direkt am Anfang den Teilnehmern klar mache, dass sie reden müssen. Es geht nicht darum, dass einer schlecht oder andere gut lernt und dass wir einen Wettbewerb haben, sondern wir sind da, um Sprache zu lernen. Ja. Ja, das heißt, das ist ganz wichtig, den Menschen dieses Gefühl zu geben, sie werden hier nicht direkt bewertet, sondern sprechen sie. Sie sind da, um die Sprache zu lernen. Das heißt, man muss am Anfang schon diese Ängste nehmen, weil auch im Erwachsenenalter, das ist schon eine große Herausforderung, eine Sprache zu lernen. Ja, wollte ich gerade sagen, bei Jüngeren, also ich sage jetzt mal Kinder, Jugendliche oder sowas, da kann ich mir das gut und einfach vorstellen. Aber Erwachsene und Ältere, das kann ich mir vorstellen, dass da auch Hemmungen sind. Also vor allem Ältere, wenn dann in Kombination mit Jüngeren in einer Klasse oder in einem Kurs drin sind, dass da eventuell auch Generationskonflikte sind irgendwie, dass man sagt so, was will der Junge oder was will der Alte mir da erzählen. Ja, da muss man tatsächlich mit sehr vielen Fingerspitzengefühlen auch arbeiten, dass man wirklich auch sehr oft in Gruppe wie als Moderator auch dasteht. Ja, das heißt, man muss natürlich auch gucken, dass eben diese Grenzen wirklich nicht zu starr eingehalten werden, sondern dass die Menschen hier dieses Gefühl bekommen, die sind alle da. Okay. Eben den Menschen auch dieses Gefühl zu geben, ihr habt alle tolle Erfahrungen, alle tolle Menschen und ihr könnt so viel voneinander lernen. Dass ein älterer Mensch auch durchaus in der Lage ist zu sagen, ja, das ist was Schönes, ist im Prinzip bereit, was aufzunehmen. Ja. Aber auch gleichzeitig, dass die anderen auch sagen, das ist ein Mensch, der sehr viele Erfahrungen hat, sehr viel uns berichten kann und dass die dann wirklich sich aufeinander einlassen. Ja. Und da sage ich immer, die erste Voraussetzung eben, diese tollen Wörter, Toleranz, Akzeptanz und da fängt das schon an. Okay. Ja, das heißt, die müssen sich so tolerieren, erstmal erste Stufe, sage ich immer, danach kommt auch Akzeptieren, so wie sie sind. Also hier geht es eigentlich vielmehr darum, wir sind alle Menschen. Ja, das wäre schön, wenn alle so denken würden, das ist richtig. Wir haben alle unser Eins, unsere Tradition, auch unsere Religion, das ist immer ganz wichtig. Also ich sage, persönlich habe ich für mich natürlich so ein paar Sachen fest vorgemerkt, wo ich sage, das ist ganz wichtig, auch denen klarzumachen. Religion ist wichtig, aber nur für mich persönlich. Das heißt, in einem Kurs, wo Menschen mit unterschiedlichen Religionen sitzen, kann auch durchaus sehr schwierig werden. Das wollte ich gerade fragen, wie läuft das eben, wie sieht das, erstmal, wie ist die Altersspanne, von wo geht es los und was war der jüngste Teilnehmer in einem Kurs und was war der älteste? Also gerade in dem letzten Kurs, meine jüngste Teilnehmerin war 18 Jahre alt, glaube ich, oder 19. Also hier eigentlich noch, kann man gut Schüler sein, noch im Abitur stecken oder so. Ja, sie hat dann nochmal, ich glaube, die Hochschulreife nochmal abgeschlossen und dann wollte natürlich nochmal ihre Sprachkenntnisse erweitern. Ja, und ältere Teilnehmer habe ich ja 57 Jahre. Okay, also doch eine große Spannweite. Genau, das ist wirklich, man hat ja dann so alle Altersgruppen dazwischen mit, wie gesagt, unterschiedlichen Berufsrichtungen. Klappt das denn gut mit dem Thema Toleranz, hattest du gerade eben ja auch erwähnt und dass man das Thema Religion zum Beispiel für sich selber halten soll. Klappt das auch so? Wird das wirklich in den Kursen oder gibt es da auch Probleme? Oder sagen die, okay, das ist jetzt wirklich hier ein Kurs und wir sind eine Gruppe und wir haben ein Ziel zusammen? Oder gibt es da auch welche, die sagen, na, nee, ich habe da schon meine Probleme mit, weiß ich nicht, mit dem oder mit der Religion in einem Raum zu sein oder einen Kurs zu belegen? Oder Thema Frauen, Männer gibt es ja auch. Gibt es auch, genau. Gibt es da Probleme oder ist das in solchen Kursen kein Thema, sage ich jetzt mal? Doch, das ist schon ein Thema. Ich habe von Kollegen schon einiges gehört, aber ich muss persönlich sagen, ich habe bis jetzt, sage ich immer, das große Glück gehabt, dass ich sehr harmonische Gruppen gehabt habe. Wenn ich mir jetzt überlege, so Kleinigkeiten erlebt, die man auch wirklich sehr gut besprechen und miteinander wirklich aus der Welt schaffen konnte. Also so großartig habe ich keine Probleme gehabt. In diesem Beruf bin ich allerdings seit 2016 und da habe ich in Duisburg erst mal angefangen, eine Sprachschule in Duisburg. Und da hatte ich im Prinzip die erste Erfahrung für mich gemacht, wo ich gedacht habe, okay, du musst jetzt einfach gucken, wie du das Problem lösen kannst. Das war eine Vertretungsgruppe und ein Mann ist dann rausgegangen mit einer Rolle unter Arm, ist aufgestanden und rausgegangen. Und ich habe geguckt und ich bin eigentlich so ein Mensch, wahrscheinlich manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich vielleicht etwas strenger bin, aber ich möchte schon wissen, was in meiner Gruppe los ist. Wenn einer rausgeht, klar, sie dürfen aber mal einfach so den Unterricht komplett verlassen, denke ich mal, das geht nicht. Ich muss schon wissen, es geht auch letztendlich um Versicherung. Ja, weil in der Zeit sind sie dann durch die Schule, durch den Betrieb versichert und dann haben die anderen Teilnehmer gesagt, das ist so, er geht immer. Okay, habe ich gesagt, so interessant. Und was macht er denn? Da haben sie auf die Uhr geschaut, ja, das ist jetzt seine Gebetsstunde. Ah, okay. Ja, und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Religion, natürlich ist wichtig, für mich persönlich, aber ich bin in Deutschland. An einem Freitag, Gebetsstunde, und das ist natürlich hier Unterricht, Sprachunterricht, und wir reden von einer Integration. Ja. Ich will mich hier integrieren, in diese Gesellschaft, und ich muss immer wieder die Frage stellen, was macht ein Arzt, der gerade eigentlich in einem OP-Saal steht, und dann plötzlich auf die Uhr schaut und sagt, oh, ich meine Gebetsstunde. Ich muss jetzt gehen, da stelle ich immer die Frage, was passiert mit dem Patienten. Der kann aber nicht warten. Das heißt für mich, diesen Menschen mit allem Respekt klarzumachen, das kann warten. Okay, und ist das angenommen worden? Hat er das verstanden? Ja, ich musste natürlich damals mit der Chefin reden, und da hatte sie auch die Einstellung, dass das natürlich auch dazu gehört, dass man jetzt in der Sprachschule oder generell, man hat erstmal Pflichten, und das kann man natürlich auch dann zu jeder Tageszeit nachholen. Ja, das war so die eine Erfahrung, oder einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich weiß, dass der Mann dann irgendwann mal doch dann wieder gesagt hatte, oder zumindest eingesehen, dass er das auch später machen kann. Okay. Ja, und seitdem, ich habe noch nie diese Probleme hier in Krefeld auch überhaupt nicht gehabt, und das läuft eigentlich ganz gut. Okay, also da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Hey, ja, ja. Das ist so schwierig. Ja, 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 das klingt auch so. Schon ein schwieriges Thema. Da denkt man nicht dran, wenn man hört Sprachkurs, bringe Deutsch bei, da denkt man nicht an solche Probleme irgendwie. Ich denke mal, das ist auch der große Unterschied einfach zu einem in Anführungsstrichen normalen Sprachkurs, wo man einfach versucht, eine Sprache zu lernen. Wenn ich sage, ich interessiere mich für Spanisch, Französisch oder Italienisch, ich will das lernen, dann kann ich irgendeinen Sprachkurs besuchen. Aber da habe ich wahrscheinlich eher weniger solche Probleme oder nicht unbedingt Probleme, aber halt Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen müsste. Ja. Die das Interesse haben, die das Interesse haben, die Sprache einfach konkret zu lernen. Absolut. Ja, ich lerne die Sprache, dadurch kann ich wirklich verstehen, was um mich herum passiert. Ja, 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 klar. Was reden die Menschen? Was lese ich denn gerade? Und überhaupt, damit fängt schon das Ganze an. Ja, habe ich ja als Kind selber ja auch mitgekriegt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das Wichtigste war, gut, als Kind hat man einen Riesenvorteil. Man lernt unfassbar schnell. Also das ist ja, das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem Erwachsenensein. Ich als Fünfjähriger habe rucki zucki Deutsch gelernt und konnte ganz normal eingeschult werden mit sechs Jahren. Sprich, nach einem Jahr war ich in der Grundschule mit einem ganz normalen Unterricht, ohne dass ich noch irgendwelche Kurse lernen musste oder sowas. Also das stelle ich mir bei Erwachsenen doch schwieriger vor. Ja. Mein Gott. Also die Erfahrung musste ich nicht machen. Ich sage immer, ich bin mit der Sprache im Koffer nach Deutschland gekommen. Super. Ja, das heißt, das war für mich irgendwie ganz anders. Aber nach Jahren, wo ich nach Spanien das erste Mal gereist bin, da habe ich festgestellt, also Süden in Spanien ist das nicht so selbstverständlich, dass man mit Englisch oder mit Deutsch zurechtkommt. Und das war für mich direkt die Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, es ist schwierig, meine Sprache. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Wie sieht denn das aus? Fachkräftemangel ist so ein großes Thema ja auch. Das hören wir in den letzten Jahren und jetzt immer mehr verstärkt. Auch durch Corona haben wir das ja deutlich gemerkt. Viele Leute sind aus ihren Jobs ausgewandert, sage ich jetzt mal, in andere Berufszweige auch. Und es gibt halt Fachkräftemangel. Ist es wichtiger, dass wir Fachkräfte dann aus dem Ausland jetzt dazu bekommen? Siehst du das auch so? Also, schwieriges Thema. Ja. Ich denke, es ist wichtig, Fachkräfte zu holen. Zumal man hat natürlich Menschen, die auch andere Erfahrungen gemacht haben, andere vielleicht Kenntnisse haben. Aber insofern ist es schwierig, weil sie hier nicht direkt einfach loslegen können. Ja, du hast das Beispiel mit dem Arzt gerade eben gebracht. Alle möglichen sind ja bei euch. Genau. Es fehlen in Deutschland halt unfassbar viele Fachkräfte. Also, das Beispiel jetzt ganz kurz darauf zurück war ja nur dafür, dass die Menschen auch wissen, wie hier eigentlich das läuft. Das ist überhaupt abläuft. Es ist halt eine andere Gesellschaft komplett. Komplett andere Gesellschaft. Ich denke, bei einem anderen Land, auch in Syrien, ein Arzt wird ja bestimmt erstmal zu Ende operieren und dann sagen, eine Gebetsstunde. Das war nur ein Beispiel, damit die Menschen wissen, ich kann nicht einfach jetzt Gebetsteppich unter den Arm nehmen und dann... Abhauen, genau. Nein, nein, das ist klar. Aber für die Menschen natürlich sind viele Menschen, die wirklich sehr gute Spezialisten sind, Fachleute, aber sie können nicht einfach direkt arbeiten. Selbst wenn Deutschland wirklich dringend diese Menschen braucht, sie haben erstmal Bürokratie. Ja, man hört immer wieder, die werden teilweise nicht anerkannt, die Ausbildungen, die Unischeine und weiß ich nicht was. Mit den ganzen Zeugnissen, also die Ausbildung, das Studium, das Ganze musste natürlich hier anerkannt werden. Das ist ein Prozess, der wirklich lange Zeit beansprucht für sich. Dann kommt natürlich nochmal Sprache dazu, ganz wichtig. Das heißt, viele Menschen, die wirklich ganz schnell in den Beruf möchten, die starten diese Wege parallel. Sie fangen dann Sprache zu lernen und dann aber auch parallel diese Zeugnisse anerkennen zu lassen. Und sehr oft gibt es natürlich nochmal die Rückmeldungen, dass sie da irgendwo nochmal was nachholen sollen. Für junge Menschen stellt das nicht so ein großes Problem dar. Das heißt, sie müssen da nochmal Kurse belegen, vielleicht nochmal ein Studium, also ein Masterstudium vielleicht noch dazu belegen. Aber die älteren Menschen, die schon 45, 50 Jahre alt sind und dann heißt ja, naja, das reicht nicht so ganz. Sie müssen nochmal einen Kurs belegen. Die können top qualifiziert sein, 20 Jahre schon im Job drin sein. Genau. Architekten oder weiß ich nicht was. Und hier sollen die jetzt auf einmal. Und dann sollen die irgendwie mit 45 dann hier in Deutschland nochmal irgendwas anderes nochmal nachweisen, damit die überhaupt tätig werden dürften. Und ich habe da sehr viele Menschen kennengelernt, die wirklich fleißig im Kurs saßen, Sprache lernten, aber auch gesagt haben, also sorry, mit 50 Jahren, wie soll ich denn das machen? Das geht doch nicht. Oder auch Menschen, einen Ingenieuren gehabt, der zum dritten Mal saß, der hatte auch eine große Familie, fünf Kinder, fast 25 Jahre wirklich im Beruf gearbeitet. Er könnte die Prüfung nicht schaffen, weil es einfach viel schwierig war. Er sagte, wenn ich zurück bin, ich habe meine Familie, die Kinder. Ich kann mich nicht konzentrieren, aber ich will arbeiten. Er könnte aber nicht. Weil eben nochmal so eine Zusatzqualifizierung fehlt dazu. Ja, das heißt, es fehlt hier so ein bisschen, ich meine, ich will jetzt natürlich nicht das Ganze bewerten, aber irgendwo vielleicht flexiblere Lösung dafür, dass die Menschen doch schneller in den Beruf können. Dann hätte wahrscheinlich Deutschland auch davon mehr profitiert. Gut anzunehmen, ja. Die Menschen sind sehr ehrgeizig, sie wollen lernen, aber sie haben auch natürlich sehr viele Probleme dabei. Sie sind nicht einfach sorglos nach Deutschland gekommen, sie sind dem Krieg entflohen, dem Tod, Ungerechtigkeit und, und, und. Ja. Schwierig. Schwierig, ja. So, Bernhard, jetzt stelle ich mal meine Frage. Ja, ja, leg los. Kannst du bitte einen anderen Arbeitsort als den Jazzkeller vorstellen? Ich mir für mich jetzt, hey, joi, joi. Generell. Vielleicht bis jetzt. Generell, ja. Ich habe ja auch andere Jobs, beziehungsweise Berufe gehabt. Also, gelernt habe ich ja ganz normal, traditionell nach der Schule Ausbildung gemacht, habe mehrere abgeschlossene Ausbildungen, Bürokommunikationskaufmann, Groß- und Außenhandelskaufmann und dann noch beim Steuerberater Finanz- und Lohnbuchhaltung. Also, von daher bin ich eigentlich ganz breit aufgestellt und könnte in mehreren Berufszweigen tätig sein. Ich war auch in allen tätig. Ich war wirklich tatsächlich in jedem Berufszweig tätig, in meinen jungen Jahren. Aber es hat mich immer irgendwie, die Gastronomie war irgendwie mein Liebling. Das hat schon wirklich, jetzt kann ich es ja sagen, ich bin 49 und das ist lange, lange her, von daher verjährt. Aber ich habe mit 15 Jahren schon als Nebenjob angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten, durfte man damals gar nicht. Also, mit 16 hätte man damals erst anfangen dürfen. Aber damals habe ich tatsächlich mit 15 schon angefangen, in den Ferien mir nebenbei halt Taschengeld aufzustocken und habe in den ersten Biergärten angefangen und dann alles Mögliche in der Gastronomie. Von hier in Krefeld, wieder der Bezug Königsburg, gab es ja mal. Da habe ich die wirklich goldenen Zeiten halt miterlebt. Da habe ich gearbeitet bis hin zum Live-Club damals sogar schon von der Loni Lamas. Auch eine Urkrefel darin, die ein Café hatte, wo auch immer Live-Performance gemacht worden ist. Und keine Karaoke, sie hat live gesungen. Ihr Steckenpferd war Tina Turner immer, die hat sich am Abend bestimmt sechs, sieben Mal umgezogen. Und ja, da war ich der einzige männliche Angestellte im ganzen Laden. Das war ganz lustig, weil da war ich gerade mal 18 Jahre alt und um mich herum waren nur hübsche Frauen da. Und das war ganz lustig, weil ich war der Hahn im Kopf. Ich war so der Hahn im Kopf und als 18-Jähriger, was gibt es Schöneres? Und ja, ich habe immer in der Gastronomie gearbeitet. Dann kam der große Sprung auch, nachdem ich hier und da mal gearbeitet hatte, war dann das Stadtwaldhaus. Und im Stadtwaldhaus habe ich dann wirklich lange, lange gearbeitet. Also während der Schulzeit, Abiturzeit, Ausbildungszeit, Zivildienstzeit, habe ich komplett als Nebenjob immer im Stadtwaldhaus gearbeitet. Und es hat mir immer unfassbaren Spaß gemacht, weil Kontakt zu vielen Menschen, mir ist wichtig, Kontakt zu Menschen. Und das ist das auch, was mich dann im Nachhinein aus diesen anderen Berufen rausgebracht hat. Und ich habe Gott sei Dank immer super Chefs gehabt. Also zum Beispiel als Steuerberater, bei dem ich gearbeitet habe, da habe ich mich parallel angefangen, selbstständig zu machen. Erstmal mit total unterschiedlichen Sachen. Also ich hatte teilweise drei Sachen gleichzeitig am Laufen. Der hat mich darin unterstützt, indem er gesagt hat, hör mal, wenn das mehr wird mit deiner Selbstständigkeit, dann geh bei mir mit den Stunden runter. Also von Vollzeit, ich sage jetzt mal 40 Stunden, was meinst du? Und ich so, ah ja, 35 Stunden Woche wäre ganz gut, 5 Stunden könnte ich gebrauchen. Der so, okay, alles klar, machen wir. Halbes Jahr später, ich so, boah, meinst du, ich kann doch mal 5 Stunden weniger, 30 Stunden, kein Problem, alles klar, machen wir. Und er hat mich immer unterschuldet, der so, und wenn du mehr brauchst, wenn die Selbstständigkeit schlechter läuft, dann stufen wir dich wieder nach oben. Und ich so, okay. Also das war ein sehr, sehr netter, feiner Mensch, leider verstorben, aber ein sehr, sehr feiner Mensch. Und den habe ich zum Beispiel aber auch über die Gastronomie kennengelernt. Das war ein Gast im Stadtwaldhaus, der mit seinem Hund immer dort spazieren gegangen ist, dort immer entweder zum Mittagessen oder zum Abendessen vorbeikam. Darüber habe ich ihn halt kennengelernt. Und dann hat er irgendwann gefragt, sag mal, kennst du nicht irgendjemanden, der Finanz- und Lohnbuchhaltung kann? Und ich so, ah, ich, aber schon lange her. Ja, Ausbildung ist schon ein bisschen her gewesen. Und der so, egal, umso besser. Hauptsache, du hast kein verkorkstes System von irgendeinem anderen. Dann hast du wenigstens mein System. Und ich so, okay. Und dann haben wir das einfach ausprobiert. Wir haben einfach gesagt, wir probieren es drei Monate aus. Wenn du sagst, hör mal, das ist nichts für mich, bin ich nicht sauer. Und wenn ich sag, hör mal, das klappt so nicht, dann bist du auch nicht sauer. Damit wir Freunde weiterhin bleiben, weil wir hatten eher ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, und dieses freundschaftliche Verhältnis ist aber bis zum Schluss geblieben. Und er hat mich halt auch unterstützt. Er hat immer gesagt, das ging dann am Ende so weit runter, dass ich am Ende eines Tages auf 20 Stunden runter war. Und nur noch 20 Stunden die Woche gearbeitet habe. Und weil die Selbstständigkeit immer größer geworden ist. Ja, und dann kam das riesen, super Möglichkeit mit dem Jazzkeller halt. Und da sind so, da war einfach alles. Ich habe mich immer an der Gastronomie interessiert. Aber ich habe nie das Objekt gefunden, wo ich gesagt habe, so ja, das könntest du selber machen. Das könntest du dir vorstellen, wäre schön. War nicht. Und beim Jazzkeller ist es halt wirklich so, meine Leidenschaft für die Gastronomie kombiniert mit meiner Leidenschaft und Liebe zur Musik. Und ich habe gesagt, die Chance wirst du nie wieder in deinem Leben bekommen. Und ja, da habe ich auch meine heute noch Lebensgefährtin und Partnerin, die Janett, kennengelernt. Also sie arbeitete dort unter dem damaligen Betreiber noch und ich habe ab und zu mal ausgeholfen, wenn wirklich Stress war. So Karneval oder Weihnachten, wenn da richtig Remi Demi war, bin ich da zwischendurch mal reingesprungen für ein, zwei Stündchen und habe geholfen. Und die habe ich halt dort kennengelernt. Da war sie ganz normal Kellnerin da, hat auch als Nebenjob dort gearbeitet. Dann ist daraus halt mehr geworden. Dann sind wir halt zusammengekommen und sind jetzt mittlerweile halt über 20 Jahre zusammen. Festes Team. Und festes Team und wir haben dann halt auch zusammen entschlossen, dass wir das zusammen machen. Weil sie mag den Laden genauso wie ich. Sie hat sich mittlerweile ein bisschen zurückgezogen, weil sie hat gesagt so, boah, Kellerkoller. Sie hat ja auch länger gearbeitet als ich in dem Laden. Ich habe ja dann mit 30 praktisch da reingesprungen in die Selbstständigkeit, was den Jazzkeller angeht. Sie war ja vorher aber schon dort als Kellnerin tätig, jahrelang. Und dann haben wir einfach gesagt so, ja gut, dann ziehst du dich halt ein bisschen zurück im Hintergrund. Und das ist ihr auch lieber. Also sie ist nicht einer, der sich gern im Vordergrund stellt. Tut keiner von uns gerne, aber ich habe kein Problem damit, mich irgendwo hinzustellen und zu sagen, hallo, hier bin ich. Also wenn irgendwie der WDR anruft, gerate ich nicht in Panik. Mir ist das egal. Ich sage, schön, dass ihr kommt, toll, dass ihr über uns berichtet, finde ich gut. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich quatsche immer frei raus. Bei ihr ist es so, oh, Fotokamera, nee, hau ab, lass mich in Ruhe, ich möchte dich auf dem Bild. Also es gibt, glaube ich, nur zwei, drei offizielle Fotos von uns beiden, was den Jazzkeller angeht. Das war zur Eröffnung, kam dann mal die Rheinische Post und die WZ vorbei und haben dann Fotos von uns gemacht, weil wir halt die neuen Pächter waren. Aber großartig, viel folgte danach nicht mehr, weil sie mag das einfach nicht. Ja, das nennt man einfach Teamwork. Teamwork, ganz genau richtig. Also ohne sie geht es nicht. Also viele Leute denken immer und sagen immer Bernhard, 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 Bernhard. Die kommen immer bei mir an. Aber es ist halt auch Janett und zwar ganz viel Janett. Ohne die würde das überhaupt nicht gehen, weil die macht mir den Rücken hintenrum komplett frei und stärkt mich. Und das kriegen die Leute aber einfach nicht mit. Die macht so vieles im Hintergrund. Das bekommt keiner mit. Die sehen immer nur das, was zu sehen ist. Und ich bin da zu sehen. Und sie ist halt selten so. Untergrundarbeit sieht man ja nicht. Aber wenn ich da vielleicht schließe, ich kriege meine nächste Frage. Ja, dann kann weitergehen. Weil das passt ja auch. Wo kann man sonst noch ausgehen? Ja, wo gehst du dann in Krefeld hin? Vielleicht, ne? Weil das war jetzt sehr schön über Jess Keller erzählt. Also mich macht auf jeden Fall schon mal sehr neugierig. Ich frage natürlich, was du dann sonst, wo du hingehst. Ja, also das Problem ist, ich bin ja in der sogenannten Freizeitindustrie tätig, in der Kulturbranche. Ich sorge dafür, dass die Leute, wenn sie frei haben, eine gute Zeit haben. Und das Problem ist, dass ich in dieser Zeit natürlich selber nicht viel rausgehen kann. Wenn ich aber mal mir einen freien Tag gönne und sage einfach, wir lassen den Laden heute zu. Oh, wir unternehmen dann was. Also im Sommermonaten sehr gerne mal in den Schlachthof zum Beispiel, hinten diesmal Straße. Bei der Kufa in der Nähe, genau da die Ecke, das Bermuda-Dreieck. Da geht man gerne hin, weil die haben auch, jetzt kommen wir wieder zurück, tolle Live-Konzerte in Kooperation mit dem Pille von der Kulturrampe. Genau, die machen da halt Open Airs, also der Pille hat auch ein riesiges Netzwerk und kennt viele, viele Leute in der Kulturszene, so wie ich. Das klingt jetzt so, als wenn es oft passiert, es ist wirklich, wir reden über ein, zweimal im Jahr. Aber es ist schon trotzdem interessant. Aber es ist halt nur ein, zweimal im Jahr möglich. Genauso umgekehrt, die Jungs können genauso wenig zu mir kommen, weil wir haben die gleichen Öffnungszeiten, wir haben die gleichen Arbeitszeiten. Wir sind halt, wenn die Leute Spaß haben, müssen wir halt arbeiten. Von daher sehen wir uns eher selten. Wir kennen uns alle untereinander. Das hat man während der Corona, der letzten zwei Jahre, deutlich gemerkt. Also da haben wir uns zum Beispiel getroffen, weil da haben wir sehr viel Freizeit gehabt. Da haben wir sehr viel Zeit gehabt und da haben wir uns auch getroffen. Da gab es dann so eine Gruppe, die sich dann, so ein Netzwerktreffen genau war. Provinzgiganten sind daraus dann auch entstanden. Ja, da hat man sich dann ausgetauscht. Schau mal, was gibt es für Förderprogramme. Also das ist da, wo ich dann gerne mal hingehe. Und ansonsten liebe ich es auch gerne, sehr, sehr leckeres Essen. Also da finde ich es ganz, ganz toll. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber Bellini ist einer der absoluten. Bellini, mein Lieblingsitaliener. Also die Jungs, das ist einfach immer ein fantastischer, entspannter Abend, weil es ist klein, es ist gemütlich und es ist familiär. Und ich finde es total schön, wenn man irgendwo hingeht, sich hinsetzen kann und einfach einen schönen Abend haben kann, sich unterhalten kann. Und es ist nicht steif. Und ich finde es ganz, ganz wichtig. Also ich gehe auch gerne schick essen. Mal ich auch gerne mal. Aber ich finde, ich finde so eine Atmosphäre, wie da herrscht, das ist, ich bin so dieser Wohnzimmertyp. Es muss kuschelig sein. Deswegen sagen wir, jetzt kommen wir wieder auch zurück zum Jazzkeller. Es wird von unfassbar vielen Leuten ihr zweites Wohnzimmer genannt, weil die sich wohlfühlen. Und da lege ich riesen Wert drauf, dass die Leute sich wohlfühlen, als wenn sie in ihr zweites Wohnzimmer kommen. Und das ist zum Beispiel bei mir dann, wenn ich rausgehe, will ich genau das gleiche Gefühl am liebsten haben. Und das habe ich dort zum Beispiel. Ich fühle mich dort pudelwohl, ich kann dort gemütlich sitzen. Ich muss nicht mit geradem Rücken, Hände auf den Tisch, sondern man kann locker sitzen. Sich entspannen. Sich entspannen. Spaß haben. Schönes Gläschen Wein, leckeren Kaffee und fantastisches Essen. Und das finde ich einfach, das sind schöne Abende. Es ist zwar alles sehr selten, aber gerne auch mal ins Namaste bei der Lukini. Indisch ist auch immer toll. Da kann man auch ganz entspannt sitzen. Aber je kuscheliger und gemütlicher, desto besser. Also das sind so die Sachen, die ich gerne dann in der Freizeit mache. Ansonsten ist nicht viel mit Freizeit. Also meine Freizeit ist halt hauptsächlich tagsüber in Krefeld, weil wir da geschlossen haben. Und ja, was willst du da großartig machen? Ich mache dann Bürokram, gucke, dass Papiere alle zusammen sind und dann geht man mal durch die Stadt oder sowas. Aber man kriegt mit, was passiert in der Innenstadt. Man ist am Puls der Stadt sozusagen. Also ich kriege alle Veränderungen immer sehr, sehr schnell mit. Und es gibt auch viele Leute, die bei mir anrufen, Kollegen etc. Und die dann fragen, und was ist los in der Stadt? Was passiert da? Also ich bin auch so ein bisschen Infoquelle. Was passiert gerade in der Innenstadt? Wie ist die Situation? Teilweise auch nicht schöne Themen halt. Aber es ist halt so. Aber das ist so, wenn ich mal Freizeit habe, dann genieße ich es gerne so. Ja, schön. Oder auf der Couch. Auch. Auch schön, genau. Ja, danke. Ja, dann können wir auch gerne jetzt mal wieder keinen Bruch zu dir rüber machen, was die Arbeitswelt angeht in Krefeld. Wie ist dein Eindruck da, was die Krefel der Arbeitswelt angeht? Bei den Kursen sind das eher Leute, die eine Arbeit suchen mit Job in Krefeld? Oder wie sieht das da aus? Ist die Mehrzahl in den Kursen arbeitssuchend oder mit Job? Suchen die noch eine Arbeit oder haben die schon einen Job praktisch, dass die arbeiten und zusätzlich diesen Kurs machen? Also bei mir sind tatsächlich Menschen, die entweder oder. Entweder oder, okay. Das heißt, die haben den Sprachkurs in Hoffnung, dass sie danach entweder studieren gehen oder Ausbildung machen oder manche auch hoffen natürlich, dass sie direkt einen Job finden. Ja, die Kurse sind ja schon recht lang. Man spricht von, ja, Vollzeit, ja, im Prinzip, weil das von 9 bis 13 Uhr geht. Ja, und dann von Montag bis Freitag. Okay, also so wie früher Schule, ganz normal Schule. Und eigentlich, man braucht auch nochmal Zeit danach zum Lernen. Es gibt noch Teilnehmer, die dann doch sagen, ich brauche Geld, ich gehe da nochmal nebenbei arbeiten. Aber man sieht auch, dass diese Teilnehmer dann am nächsten Tag total müde, kaputt, unvorbereitet in den Kurs kommen. Gibt es Hausaufgaben? Es gibt, also bei mir gibt es auf jeden Fall Hausaufgaben. Die müssen ja dann auch noch gemacht werden. Die müssen auch gemacht werden, das gehört auch dazu, weil das, was im Unterricht noch passiert, muss natürlich zu Hause noch einmal verstärkt werden. Das ist, man muss nochmal arbeiten, also wir geben schon mal Input, wir erklären, wir führen die dann im Prinzip in diese Welt rein. Aber selbstständiges Arbeiten ist auch wichtig, um das Ganze nochmal für sich aneignen zu können. Ja, und es gibt ja auch Hausaufgaben und man sieht auch, dass es bei manchen doch sehr schwer fällt. Entweder, weil dann noch bei den Frauen zum Beispiel Kinder zu Hause sind. Ja. Ja, das heißt, sie kümmern sich um die Kinder. Dann kommt manchmal auch noch das große Kind dazu, sagen wir immer wieder. Also Partner. Oder, ja, sie gehen eben arbeiten und da sieht man, dass wirklich fürs Lernen sehr wenig Zeit bleibt. Ja. Ja, aber die meisten haben natürlich die Hoffnung, dass sie danach in den Job kommen. Egal wie auch. Also es ist im Prinzip egal, wo der Weg erstmal hinführt. Richtung Studium, Ausbildung oder direkt. Okay. Ja, alle wollen natürlich arbeiten. Alle wollen Geld verdienen. Geld verdienen, genau. Alle wollen Familie versorgen. Oder gründen. Ja, sie sehen, wie das Leben hier ist und sie möchten natürlich sich auch anpassen. Und am Leben teilnehmen auch. Genau, kommt auch dazu und es ist auch sehr oft schwierig für sie, den Anschluss zu bekommen. Die größte Hürde ist das, ist das die Sprache? Die Sprache kommt dazu, ja. Ja. Man merkt auch in den letzten Jahren, dass die Arbeitgeber auch sehr darauf achten, wie die Menschen sprachlich fit sind. Okay. Früher könnten zum Beispiel die Menschen mit einem B1-Abschluss dann doch eine Ausbildung starten. Heute sagen viele Betriebe, sie möchten gerne ein C1-Niveau haben. Okay. Also Mindestvoraussetzung praktisch. Nein, Mindestvoraussetzung, doch B2, gute B2-Kenntnisse. Aber viele sagen auch C1. Okay. Ja, viele Damen, die dann wirklich träumen, eine Ausbildung als Erzieherin zu machen. Und wir wissen gerade, wie viele Erzieher generell in Deutschland gesucht werden. Aber wenn man sich überlegt, für viele ist es im Prinzip unmöglich, da reinzukommen. Weil für diesen Beruf auch ganz wichtig ist, dass sie die Sprache doch sehr gut können. Ja, weil auch in einem Kindergarten, man sagt, Verkehrssprache ist Deutsch. Ja. Ja, die Erzieherinnen müssen natürlich sehr gute Sprachkenntnisse haben, weil sie erstmal mit den Kindern Deutsch reden müssen. Und die Kinder wachsen ja hier auf. Genau, was die Kinder brauchen. Ja. Und da sind natürlich die Voraussetzungen sehr streng. Ja, klar. Sehr gute Deutschkenntnisse. Ja gut, da kann ich es mir auch vorstellen. Ist auch berechtigt. Wenn man Erziehung von Kindern in Deutschland macht, sollte man ja dann auch wirklich... Sollte man auch. Ja, ja, klar. Aber unter diesen Umständen, man sieht einfach mal, wie schwierig ist, tatsächlich Erzieher für diesen Beruf zu gewinnen. Ja. Ja, weil die dann wirklich sehr oft kommen und sagen, ich bin nicht angenommen worden. Teilnehmer, die ich dann hatte, die B2-Abschluss hatten und dann versuchen und dann kommen, dann habe ich in C1 sitzen. Ja, ich muss jetzt weiter, aber ich glaube, ich kann nicht mehr als Erzieherin werden. Also sie müssen sich auch nochmal überlegen, was kann ich dabei dann sonst noch? Also man sieht einfach, die Verzweiflung ist da. Ja. Viele dann aufgeben. Gerade junge Mädchen haben natürlich auch den Druck von den Familien, also von den Eltern, sie müssen heiraten. Sie sind schon in einem Alter. Kommt auch dazu. Das heißt, wir haben hier eine Gesellschaft mit sehr vielen Pflichten, Zwängen, Traditionen, alles Mögliche. Und diese Menschen empfinden sehr viel Druck auch dabei. Gerade junge Mädchen, die zum Beispiel in ihrem Land teilweise schon erlebt haben, wie das Leben für eine Frau ist. Ja. Und dann kommen sie nach Deutschland. Manche haben das Glück, dass sie dann nochmal in die Schule gehen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, in der Schule nochmal zu lernen. Das heißt, sie sind besser geworden. Sie träumen von einer beruflichen Zukunft, ganz individuell. Und dann plötzlich kommt der Druck von der Familie, du musst heiraten. Ja, und dann kommt natürlich der Mann, der dann auch plötzlich dagegen ist. Du gehst nicht arbeiten, du brauchst nicht arbeiten. Ich habe wirklich Teilnehmer gehabt, die seit 20, 30 Jahren in Deutschland leben. Und dann plötzlich einen Sprachkurs besuchen. Ei. Ja, und dann, man sieht auch, wie schlecht sie sprechen. Und dann stelle ich immer wieder die Frage, was haben sie bis jetzt gemacht? Ihr wollt gerade fragen, was ist 20 Jahre lang passiert? Ja, ich habe geheiratet, ich habe Kinder bekommen, ich war für Kinder da. Zu Hause. Und was haben sie denn gemacht? Ja, ich bin noch arbeiten gegangen. Also, einfache Tätigkeiten und nie die Chance gehabt, einfach in den ganzen Jahren Sprache zu lernen. Und man sieht einfach, da sind Frauen, die wirklich sitzen und sie wollen auch lernen. Ja. Aber sie sind schon 50 Jahre alt, 55 oder auch etwas jünger noch und dann wollen sie noch eine Ausbildung machen. Man sieht einfach, der Wille ist da. Also motiviert sind die. Ja, ja, motiviert sind die. Die sind motiviert, aber ob das tatsächlich klappt, funktioniert. Aber warum haben die so lange gebraucht? Ja gut, Kinder, familiäre Verhältnisse. Also familiäre Verhältnisse dann, ne? Ja, aber eins muss man natürlich immer vor Augen haben, die Menschen wollen besser leben. Sie kommen nach Deutschland, das ist die Hoffnung. Ja, die Eltern, die sagen, wir wollen eine gute Zukunft oder eine sehr gute Zukunft für unsere Kinder. Aber auch sehr viele Familien werden da auf dem Weg gescheitert. Familien gehen auseinander. Man hat wirklich sehr viele kaputte Schicksale auch dann erlebt oder sehr viel auch Gewalt. Das habe ich auch in Duisburg bei einer Frau persönlich auch mitbekommen, die saß und sie wollte nicht nach Hause. Weil sie wusste, dass sie dann geschlagen wird. Ja. Und sie darf dann am nächsten Tag vielleicht nicht in den Kurs wieder. Ja, und das sind natürlich schon die Schattenseiten. Ja. Das sind schon traurige Erfahrungen, die man auch macht. Aber man weiß auch, okay, mehr als an Sozialarbeiterinnen weiterleiten kann ich in dem Moment auch nicht machen. Man kann sie nicht zwingen. Genau. Also da ist eine Familie, da kann man erstmal so einfach nicht rein. Ja. Aber man sieht einfach eine Person, die wirklich dadurch, dass sie nach Deutschland gekommen sind, die sind hier auch nicht glücklich. Passiert schon öfters. Hört man ab und zu mal, dass da sowas kommt. Meine Herren. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, schwieriges Thema. Das sind zwei, wir sind zwei, haben mit wirklich sehr kontinuierend. Also tolle Menschen kennengelernt bis jetzt, gar keine Frage. Auch da denkt man, ein Mensch, der wirklich was Besseres verdient. Ja. Ja, aber leider kommt sowas auch vor. Schlimm, ja. Schade, traurig sowas. Ist eigentlich wirklich traurig. Ja. Ach je, jetzt haben wir uns ja gut schon verrannt überall. Ich ignoriere hier die ganzen Zettel schon alle komplett, weil wir so schön am Quatschen sind einfach. So, stelle ich vielleicht mal doch meine Frage. Ja, mach ruhig. Ja, ist ja interessant hier. Gefühlt reden alle von Fachkräftemangel. Ist es da umso wichtiger, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland dazubekommen? Ich glaube, das ist da haben wir schon gestellten. Ja, das hatte ich ja vorhin auch irgendwie bei mir drinstehen. Genau, richtig. Also von meiner Seite aus, ich sehe das auf jeden Fall. Aber halt, ich sehe das auch, was du gesagt hattest, mit den Hürden. Also wenn jemand 20, 25 Jahre in diesem Job gut gearbeitet hat, in seinem Land und dann hierher kommt, weil er flüchtet, weil Krieg ist oder weil sonst was ist und hier erstmal, ich weiß nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre Behördengänge machen muss, Scheine machen muss, dann ist irgendwas krumm. Das kann so nicht richtig sein irgendwie, weil andererseits kann sich jeder Mensch auf diesem Planeten seinen Architekten für sein Haus aussuchen und sagen, ich hätte gern ein Haus von diesem Architekten designt und den kann er sich auf der ganzen Welt aussuchen, ob in den USA, Spanien, Italien, Frankreich oder Kapstadt. Aber wenn derjenige aus einem Kriegsgebiet hier nach Deutschland flüchtet und sagt, ich will hier als Architekt arbeiten, dann kriegt er die Steine in den Weg geschmissen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, Architekt, gut, aber generell Fachkräfte. Wir reden über Fachkräfte. Wenn jemand in seinem Bereich gut ist und gut ausgebildet worden ist, dann sollte man das abgleichen, keine Frage, gucken, ist das ungefähr vom Niveau her, wie wir hier in Deutschland sind oder eventuell sogar besser. Aber dann doch nicht noch anderthalb, zwei Jahre warten, dass derjenige auch hier anpacken kann, wenn er anpacken will. Dann sollte er es auch tun können. Ja. Naja. Da sind wir uns einig. Ja. Okay. Halleluja. Also bei mir ist die Verkehrssprache oder meine Sprache generell in meinem Beruf ist Deutsch. Deutsch, genau. Jetzt Frage, Jobsprache, überall noch Englisch. Wie wichtig findest du, dass die Landessprache auch im Beruf relevant bleibt? Ich meine jetzt in diesem Bereich, wo du arbeitest, wie relevant ist das denn? Klar wird bei uns 99,9 Prozent in Deutsch geredet. Also wir sind ein Multikulti-Laden sozusagen. Also bei uns treten Musiker aus der ganzen Welt aus, aus allen Schichten und aus allen Ländern. Also da gibt es ganz, ganz wunderbare Projekte, wo wirklich Musiker übergreifend, da ist auch wieder das Thema Religion, unterschiedliche Länder vermischen sich da und alle sind wegen der einen Sache da, wegen der Musik. Die Sprache für die ist die Musik. Bei uns, klar, wenn irgendwelche ausländischen Gäste reinkommen, da ist dann 99 Prozent logischerweise die Alternative Englisch. Also das beherrscht jeder. Oder ich kann noch ein paar Brocken Polnisch. Also wenn jemand irgendwie sich auf Polnisch unterhält, ich verstehe es, dann gucken die manchmal blöd, wenn ich denen auf Deutsch antworte, weil ich verstanden habe, worüber die sich unterhalten haben. Und genau das gleiche auch auf Kroatisch, wenn eventuell kroatische Gäste da sind und ich das dann verstehe, dass ich dann auch darauf antworte, wo die nicht mit rechnen. Die fragen sich dann, woher weißt du, worüber wir reden? Und ich so, ja, mein Vater halt. Oder meine Mutter. Oder ich bin halt die ersten fünf Jahre da geboren. Das ist immer ganz lustig, weil bei mir hören die null Akzent raus. Ich habe halt meinen Akzent wahrscheinlich dadurch, dass ich so jung hier gekommen bin, mit fünf Jahren. Und das war auch ganz wichtig. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben ganz, ganz großen Wert darauf gelegt damals, dass wir uns auf Deutsch ausschließlich zu Hause unterhalten. Also ich glaube, das hat sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Also ich hätte mich ja mit meiner Mutter ohne Probleme nonstop weiter auf Polnisch unterhalten können. Das war ich fünf Jahre lang gewohnt und ich kannte Deutsch nicht. Und mein Vater genauso, der konnte auch Polnisch, weil die Sprachen sind halt ein bisschen verwandt, was gewisse Wörter auch angeht. Von daher finde ich das ganz gut, dass die gesagt haben, nee, jetzt sind wir in Deutschland, hier ist Krefeld und jetzt wird Deutsch gesprochen. Und meine Mutter musste dann auch einen Deutschkurs machen, ganz klar, in der Sprachschule. Ja, bei mir ging es dann halt einfach in dem Sinne über Learning by Doing, wie man so schön sagt. Kindergarten, die Kinder sprechen alle Deutsch. Der klassische Weg, also Kindergartenschule. Genau, und da lernt man dann Gott sei Dank als Kind sehr, sehr schnell. Und wenn dazu kommt, dass man zu Hause auch nur noch Deutsch sprechen kann auf einmal, dann lernt man es schnell. Also von daher ganz gut. Das heißt, sagen wir jetzt mal Leute, die wirklich in Gastronomiebranche arbeiten möchten, die aber nicht unbedingt perfekte Deutschkenntnisse dabei haben, aber doch Englisch mitbringen werden dann absolut willkommen. Praktisch, aber es ist keine Voraussetzung. Also man muss nicht Englisch können, um bei uns arbeiten zu können. Man sollte die Grundkenntnisse im Deutsch haben, also dass wenn ein Gast was bestellt, damit derjenige weiß, was er haben will. Also durchaus möglich dann für diese Branche. Jung, bring mich ein Bier, dass man da nicht mit einem Fragezeichen steht und sich denkt, was will der von mir? Sondern, dass man dann weiß, dass der ein Bier haben will. Löstens frage ich, welches Bier. Genau, genau, so in die Richtung geht. Aber ansonsten spielt es bei uns, also wie gesagt, wir sind völlig offen. Bei uns spielt es wirklich alles überhaupt keine Rolle. Das Einzige, wo wir strikt halt gegen sind, alles was auch nur im Ansatz irgendwie in die rechte Richtung geht, ist bei uns raus. Da haben wir auch einen wunderschönen Spruch auf der Tür stehen. Alle Sexisten, Homophoben und Rassisten sollen bitte draußen vor der Tür bleiben. Genau, das ist unser Spruch, das ist praktisch unsere Einlassregel und die steht so in Englisch, damit es auch international für jeden verständlich ist, steht da halt das drauf. Jeder, der die Kriterien erfüllt, entweder Sexist, Homophob, Rassist oder ein Arschloch, die Leute dürfen nicht rein bei uns. Genau, weil mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Die sollen bitte draußen bleiben. Genau, bei uns sind alle willkommen ansonsten. Und um integrierte Personen. Genau, richtig, so sollte es sein. Ja. Und das wissen auch unsere Gäste und so gehen die auch miteinander um. Das ist auch diese Regelung, wir haben am Anfang ja gesagt, wir duzen uns. Ja, klar. Das ist bei uns auch so. Sobald man bei uns unten reinkommt, gibt es kein Sie mehr. Und zwar egal wie alt, ob zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal man bei uns reinkommt, Stammgast oder ganz, ganz neuer Gast. Also wenn du zum allerersten Mal in die Jazzcala kommen würdest, kriegst du von mir eine Verzehrkarte am Eingang ausgestellt. Da steht dein Name drauf. Und es wird immer nur nach dem Vornamen gefragt. Das heißt also, du kommst rein und ich sage, hi, Tagchen, dein Vornamen einmal. Und dann steht dein Vornamen auf deiner Karte und dann gebe ich dir die Karte und das war's. Es gibt nur Vornamen da unten. Von 18 bis ältester Gast war 91, 92. Alle mit Vornamen. Ja, das mache ich allerdings auch in meinen Kursen mit einer kleinen Ausnahme, wo ich dann sage, okay, ich sitze trotzdem. Man möchte natürlich nochmal einen gewissen Abstand noch haben. Ist ja auch was anderes. Aber ich spreche sie dann mit Vornamen an und da haben sie irgendwann mal ganz am Anfang gesagt, aber wir sagen dann Frau Polina. Das war noch in Duisburg und da habe ich mir das so zum Herzen genommen. Da habe ich gesagt, okay, ich lasse auch meinen langen Namen noch weg. Dann, ich bin Frau Polina und ansonsten, die Teilnehmer werden ja mit Vornamen dann von mir angesprochen und das kommt auch sehr gut an. Aber trotzdem mit Sitzen, das behalten wir und das funktioniert ganz gut. Man ist schneller dran und baut natürlich nochmal eine interessante Atmosphäre nochmal auf. Dass sie dann wissen, wir sind hier zum Lernen, aber es muss kein Druck sein. Es muss nicht so eine starre Atmosphäre sein, sondern alles entspannt. Und das mit Vornamen, das macht doch schon so viel aus. Ja, ist auch so. Wir haben jetzt schon lange, lange, lange Zeit durch. Wir sind schon, ja. Ja, jetzt habe ich gesehen, wir haben noch ein Quiz hier. Ja. Sollen wir das Quiz mal machen? Dann machen wir zum Abschluss einfach das Quiz. Fängst du an oder soll ich anfangen? Da geht's los mit Quiz. Da sind wir jetzt beide sehr gespannt, weil wir wissen selber nicht, was uns für Quizfragen gestellt werden gegenseitig. Fängst du an oder soll ich anfangen? Ja, bitte. Also, Frage 1, Runde 1. Vor rund 80 Jahren war welche Krefelder Siedlung eine der größten Arbeiterviertel deutschlandweit? A. Siedlung Lindenthal, B. Siedlung Ritterfeld oder C. Siedlung Thermeer? Das größte Arbeiterviertel deutschlandweit. Lindenthal, Ritterfeld, Thermeer? Äh, nochmal die Frage? Also vor rund 80 Jahren, ungefähr vor 80 Jahren, war welche Krefelder Siedlung eine der größten Arbeiterviertel deutschlandweit? Also ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Von Gefühlen würde ich jetzt, was ist denn? Lindenthal sagen. Ja, genau, Siedlung Lindenthal ist es tatsächlich gewesen. Okay, hätte ich aber auch nicht gewusst. Okay, aber wirklich sagt mir nichts, muss ich dann noch mal meinen Mann fragen, der ist ja ein stolzer Krefelder. Beziehungsweise Fischlner, sagt er. Okay. Also, Take TV ist eine besondere Bar in Krefeld, weil man hier neben einem Feierabendbierchen gemeinsam jetzt kommt, A, Filme und Serien schauen kann, B, Games zocken kann und C, Podcasts aufnehmen kann. Dass es Games zocken kann, ich kenne da zufällig jemanden, der da arbeitet. Es ist halt auch Gastronomie-Szene und da kennt man sich ein bisschen untereinander und der Laden ist jetzt nicht allzu weit weg vom Jazz-Cardell, der ist auf der anderen Seite vom Ostwall, hinter der Deutschen Bank und ich kenne da zufällig jemanden, der da arbeitet. Ich wusste das vorher auch nicht, ich habe immer nur gesehen, Take, 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 verdunkelte Fenster, wusste dann aber, dass es, dass dort gezockt wird. Also da, also wirklich so, so, so. Aufgelöst. World of Warcraft, ich weiß nicht, was alles. Okay. Gut, dann komme ich wieder zur nächsten Frage. Wie viele Ausbildungsberufe bietet die Stadtverwaltung Krefeld an? Sieben, neunzehn oder sechundzwanzig? Sieben, neunzehn und sechundzwanzig. Also sieben wäre auf jeden Fall viel zu wenig. Ich habe tatsächlich bei meinem B2-Kurs mal auf Seite geschaut, weil wir jetzt mittlerweile nicht mehr Allgemeinsprache unterrichten, sondern Berufssprache. Das sind Berufssprachkurse. Und da müssten wir mal nachgucken. Ich würde schon sagen, nehme ich C26. Ich habe jetzt zwar nicht nachgezählt, aber es waren tatsächlich sehr viele Berufe, die man wirklich da anbietet. Ist auch richtig, ist auch korrekt so. Hätte ich auch genommen, weil das ist ja etwas, worauf man ja stolz sein kann und da nimmt man gerne dann auch die größtmögliche Zahl. Alleine Ausbildungsberufe. Ja, ja. Das ist eine enorme Vielzahl. Ja. So, jetzt meine Frage. Statt einer Brasserie gibt es in Krefeld eine Krasserie mit gehobener Küche. Welches Restaurant ist gemeint? La Meseta Grill und Bar, Lumi oder C Werfe? Mit V. Werfe. Also La Meseta Grill und Bar. Die Frage war, eine Brasserie? Statt einer Brasserie gibt es in Krefeld eine Krasserie mit gehobener Küche. Welches Restaurant ist gemeint? La Meseta Grill und Bar, Lumi und Werfe. Eine krassere... Mit gehobener Küche? Mit gehobener Küche, ja. Werfe steht dabei? Werfe? Genau, in der Ecke ist das da, wo die Feuerwache auch ist, genau. Und das, ich glaube, ich meine, ich hätte den Namen Krasserie damals auch gelesen in dem Zusammenhang. Genau, ja, ja, genau, richtig. Krasserie, krasserie. Ja, da sind wir mit Quits, glaube ich, auch durch. Ich glaube, wir sind durch. Das Einzige, also zum Abschluss möchte ich gern noch was loswerden. Ja. Ich habe mich sehr gewundert, wo ich dann dieses Angebot bekommen habe. Ja. Weil ich am Anfang so, oder an manchen Stellen doch so ein bisschen kritisch bin und denke ich mal, da gibt es tatsächlich so viel Potenzial, hier noch was zu verändern. Ja. Das haben wir auch am Anfang auch so kurz besprochen. Aber trotzdem finde ich das Leben in Kreffel schon sehr interessant, sehr vielfältig. Ja. Ich hoffe, dass das dann doch in Zukunft noch besser wird. Muss, muss. Dass die Stadt doch eine Eins wird und nicht diese Aufteilung, dass wir so jetzt leider erleben, dass die Stadtteile doch so an für sich ineinander sehr glücklich und harmonisch sind. Aber die Stadt als eine gemeinsame Eins nicht so richtig eigentlich funktioniert. Ja. Wenn man das Zentrum beobachtet, sieht man, wie die Geschäfte so langsam hier rausgehen. Es ist traurig, das zu beobachten. Es ist wirklich traurig. Also ich kenne es ja wirklich jetzt, gut, wenn ich mit fünf Jahren hierher gekommen bin, dann kenne ich das jetzt seit 44 Jahren. Und die Entwicklung macht einen traurig. Und es ist ein schleichender Prozess gewesen, der sich lange hingezogen hat und der wirklich nicht schön ist zu beobachten. Und man kann nur hoffen, dass wirklich Leute den Mut haben, hier auch was zu machen und nach Kreffel zu kommen oder in Kreffel da selber irgendwie was tun wollen und anpacken wollen. Weil eigentlich kann es nur aufwärts gehen. Viel weiter runter darf es nicht mehr gehen. Sollte es nicht mehr gehen. Nein. Also wir hoffen das Beste. Ja. Ich auch. In der Liebe wegen nach Kreffel gezogen haben wir zwei wunderbare Kinder und sie lernen hier, sie werden hier auch groß werden, also aufwachsen und den schulischen Werdegang natürlich noch haben. Dann wünsche ich natürlich, dass diese Kinder noch zufriedener sind, dass die noch eine bessere Zukunft haben. Das ist wirklich zu wünschen, ja. Das stimmt. Ja, dann vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. War ganz, ganz nett. Wir haben uns vorher nicht gekannt und heute zum ersten Mal hier gesehen. Ja. Ganz toll. Also ich bin auch sehr angenehm überrascht. Mein erster Podcast. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, ich auch. Das erste Mal, aber ich glaube, das nächste Angebot nehme ich gerne an. Ich glaube, wir wussten beide nicht, was uns erwartet. Nee, aber hat ja ganz gut geklappt. Ja. Und ich werde heute meinen Mann erzählen. Jazzkiller. Genau. Weil wir letztens noch gesprochen haben, wir würden gerne nochmal jetzt nach Corona nochmal ausgehen. Was machen wir? Sonst greffelt gerne Kufa. War immer schön. Das heißt, er bekommt heute auch nochmal Input von mir. Mein Geheimtipp an dich. 10. Februar. Flimm. Fünf junge Musiker. Alle im Alter von Mitte 20. Aus aller Herren Länder. Alle Religionen. Vereint auf der Bühne. Arabisch, Muslim, Katholisch, Jüdisch. Alles auf einer Bühne. Und sie haben zusammengefunden über die Musik. Und sie sind befreundet. Sie fahren sich gegenseitig besuchen in ihren Ländern, wo sie leben und machen dort Auftritte. Ganz, ganz toll. Also mit schönen Klängen. Also gönnte sich lohnen. Das passt zu unserem Thema von heute. Integration und alles. Und da merkt man ganz, ganz viel. Das ist Multikulti. Da hat man Multikulti live auf der Bühne. Alle Religionen, alle Rassen auf einer Bühne vereint. Und alle haben sich gern. Ich habe heute noch meinen Steckbrief geschrieben. Das habe ich noch so schön vor mich hingeschoben. Und heute habe ich das geschrieben und tatsächlich war mein Satz, Deutschland ist ein multikulturelles Land. Aber jede Stadt musste natürlich eigenen Beitrag dazu leisten. Genau. Um wirklich das Leben einfach so wie es ist, besser gestalten zu können. Ja. Dass die Menschen so gut in diese große Gesellschaft integriert werden, damit dieses Miteinanderleben besser funktioniert. Ja. Und sowas gehört natürlich dazu. Sehr schön. Ja, danke schön. Super, danke dir. Danke.